Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Alkanone und Ketone, eine Einführung. Das Video ist gedacht für das Gymnasium, die Kursphase und für den dortigen Leistungskurs. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. Zunächst werden wir die Frage klären, was Alkanone und Ketone sind. Im zweiten Punkt werden wir uns der funktionellen Gruppe der Alkanone und Ketone widmen. Als drittes werde ich einige kurze Bemerkungen zur Nomenklatur machen. Im vierten Punkt werden wir die physikalischen Eigenschaften der Alkanone und Ketone beleuchten. Im fünften Punkt werde ich etwas zur Physiologie sagen. Als sechstes und letztes schließlich werde ich einige wichtige Anwendungen vorstellen. Erstens, was sind Alkanone und Ketone? Könnt ihr euch noch an diese Verbindungsklasse erinnern? Richtig, es handelt sich um ein Aldehyd. Wenn wir das Wasserstoffatom in der Aldehydgruppe durch den organischen Rest R' ersetzen, erhalten wir eine neue Verbindungsklasse. Die neu entstandene Verbindung nennt man... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere ist am bestenören. Untertitelung des ZDF, 2020